Aufstehen, Lubex! Lubex! Aufstehen! Aufstehen! Schnell! Schnell! Seven, Bro, Bro, was ist passiert, Bro? Wir sind hier irgendwie gelandet in so einem verlassenen Ort oder so. Was? Hä? Ey, Leute, ich kann mich irgendwie an nichts erinnern. Boah, hier ist ja übel dunkel. Wo sind wir? Was habe ich an? Was ist das? Ich weiß nicht. Du hast irgendwann auch Rollschuhn-Overroll an. Bist du ein Gefangener? Ich weiß auch nicht, wo wir hier gelandet sind. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, wo wir hier gelandet sind. Okay, also, Seven, ich sage ehrlich, wenn ich dich frage, lass einfach mal hier weiter geradeaus laufen und diesen Lichtern hier folgen. Oh, mach aber langsam. Mach aber langsam. Warum? Hast du irgendwas damit zu tun, oder was? Nein, aber, Bro, guck mal, wie es hier aussieht. Das ist wie ein Horrorfilm. Ich sage, warte mal. Da fanden sie nämlich Lichter, Bro. Seven, komm mit, komm mit, komm mit, Bro. Da fanden sie irgendwas. Was? Komm, 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 komm. Das ist nur der Basis. Was ist das? Warte, stopp. Stopp, 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 Seven. Ja? Weißt du, wie das aussieht? Wie? Das sieht aus wie die Area 51, Bro. Hä? Hä, hat recht. Oh, ey, weiß nicht. Soll ich wieder reinlaufen, Leute? Was meint ihr? Ich denke, ihr kennt ja die Area 51. Das ist der verbotenste Ort auf diesem gesamten Planeten. Und der wurde hier in Roblox einfach nachgebaut. Ey, Seven, wir könnten hier richtig verbotene Dinge herausfinden. Ich sage ehrlich. Ich gehe da nicht rein. Junge, du kommst jetzt mit fürs Video. Komm schon, Seven. Ey, Junge. Ich muss immer gezwungen werden hier, Junge. Ey, ich sage ehrlich, Leute. Dafür, dass wir das machen, lasst jetzt mal einen dicken Daumen nach oben da, würde ich sagen. Stimmt's, Seven? Ja, bitte, Leute. Sonst kann ich das hier nicht machen. Genau, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt doch keinen Seven ab und vergesst nicht zu abonnieren. Ey, warte mal, Seven. Ich glaube, das sind alles so Bunker von so Kreaturen. Zum Beispiel hier. Aber geheime. Bro, das ist... Das ist doch... Nein. Nein. Das ist... Das ist der Trainheater. Der Zugfresser. Nein, da gehe ich nicht rein. Nein, ich bin weg. Seven, Zugfresser ist eins der verbotensten Monster, die es jemals gab. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Zugfresser kennt. Seven, das müssen wir uns anschauen. Ich sage dir ehrlich. Nein, nein. Junge, da mache ich nicht mit. Seven, du machst mit. Das geht da nicht alleine rein. Wir müssen der Menschheit beweisen, dass es den Zugfresser wirklich gibt, Bro. Ey, da hast du auch wieder recht. Wir sind ja auf Area 51. Da hast du auch wieder recht. Ey, Seven. Wir gehen da jetzt rein. Komm mit, komm mit, komm mit. Okay, komm, komm, komm. Mal drei. Eins. Zwei. Drei. Drei. Ah. Lumex. Äh. Seven? Wo bist du? Seven? Ich bin gegen die Tür, gegen die Wand. Wo bist du? Nein. Seven, ich sehe dich. Du bist neben mir. Seven. Nein, ich sehe deinen Arm durch die Wand ein bisschen. Leute, wir sind getrennt. Warte mal. Bro. Nein. Wir sind eingesperrt. Die Tür ist zu. Ich glaube, das alles war eine Falle, Leute. Wir wurden in eine Falle gelockt. Bro, die Tür geht nicht auf. Hä? Wo sind wir hier? Das ist irgendwie eine Zelle oder irgendwas, Bro? Bro, bitte tu mich hier raus. Bitte, bitte. Äh. Aber warte mal. Warte mal. Ich habe eine Taschenlampe, Bro. Okay, deswegen ist es so dunkel. Ich sehe die. Ach, ich habe auch eine. Ja, du hast auch eine, Bro. Aber Leute, was hat all das hier mit dem Zugfresser zu tun? Warte mal. Seven, wir müssen uns ganz genau umschauen, ob wir vielleicht irgendwie einen Weg hier rausfinden. Okay? Okay, ich gucke mal. Ich gucke mal. Vielleicht im Klo. Oh, da ist auch immer irgendwas drin im Klo. Aber das ist diesmal nix. Ein Waschbecken vielleicht? Ey, Leute. Wir werden höchstwahrscheinlich gleich auf dem Zugfresser treffen. Deswegen. Seven? Äh, ich habe es. Warte mal. Hast du das? Warte mal. Ich glaube, ich weiß wie. Ich habe es auch gerade gesehen. Wir haben so eine Schlüsselkarte noch bekommen. Kann das sein? Ja. Oh mein Gott. Ich probiere es mal. Warte, warte. Ich mache auf. Seven! Oh mein Gott. Ja, Mann. Luis! Ey, Seven, ich glaube, ich war mein ganzes Leben noch nie so froh, dich zu sehen. Ich sage ehrlich. Ich bin doch immer nicht froh, obwohl ich immer in der Grabenlage war. Aber, ja. Seven? Hm? Nein, nein, Bro. Ich will da nicht. Nein, ich traue mich nicht. Real talk. Bro, was steht da? SCP? Objektklasse? Keter. Ich glaube, das ist der geheime Anonymname für den Zugfresser. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Selfie, ist hier sonst noch irgendwas, auf was wir achten sollten? Ich glaube nicht, oder? VIP? Nee, ich glaube. Nee, VIP, verschiedene Räume. Also, wir müssen jetzt hier rein. Bist du sicher? Wir können das nicht machen, Selfie. Das ist zu krass. Wir reden immer noch vom Zugfresser. Ist dir das klar, Bro? Dann lassen wir es. Komm, wir gehen wieder den Raum rein. Bro, wir können nicht zurück. Es gibt keinen Ausgang. Das ist das Problem. Ach so, wir müssen da durch. Ja, wir müssen da durch. Und Leute, ey, ich sage ehrlich, wenn ihr jetzt keinen Raum nach oben da lasst, dann meint ich auch nicht weiter. Ey, ja, okay. Dann lass durch. Dann lass durch. Okay. Ich nehme jetzt die Schlüsselkarte, komm, nehm du sie auf, Seven. Wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Komm. Okay, let's go. Wir machen es. Okay, komm. Du gehst vor. Geh vor. Nein, nein, nein. Hey, ey, Mann, ey. Warum muss ich vor? Ach, da bist du. Ja, in welcher Stadt sind wir denn jetzt hier gelandet? Bro, ich glaube, wir sind aus dem Haus rausgekommen. Hey, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das war das Haus. Warte mal. Subway. Wir sind frei. Kann das sein, Seven? Stop. Ich glaube, bist du da raus? Das war's? Warte mal. Bist du durch? Oder? Nein. Okay, da ist der Zug. Hörst du ihn? Hörst du ihn? Ja, 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 ja. Leute, da ist der Zug. Ey, ich weiß nicht, ob man es hören kann, wenn mir ganz leise sind, Leute. Wartet. Ich höre ihn, Bro. Oh mein Gott. Bro. Ich höre den Trainee. Ich höre ihn. Nein, und ich dachte, es wäre vorbei. Warte mal, Seven, wo müssen wir hin? Ich will ihn ja ansehen. Ich sage ehrlich, ich will ihn schon sehen. Dann hält mir endlich einen Beweis, dass es ihn wirklich gibt, Bro. Vielleicht hier lang. Komm mal mit, komm mal mit. Kann man hier runter? Route zur grünen Station. Okay, ja, geh du mal jetzt vor, aber. Bro, bro, bro. Bro, das muss eine Falle sein, weil der Traineeater, der Zugfresser ist doch eigentlich rot. Warum steht da, warum steht da Route zur grünen Station? Die machen irgendwie so ein Psychospiech mit uns, ich sage ehrlich. Vielleicht ist der Bahnhof grün. Ey, nein, Bro. Wir sind unten. Das hier ist der Bahnhof. Da wird höchstwahrscheinlich gleich der Traineeater sein, der Zugfresser. Ich sage dir ehrlich, Seven. Ja, was ist, wenn wir schwarz fahren? Noch schlimmer. Was? Route zur grünen Station? Bro. Was ist das hier? Hier sind Gleisen. Ey, runter, runter von den Gleisen, Bro. Was hast du denn vor? Komm hoch. Bro, ich weiß nicht. Hallo. Warte, warte, warte. Ich bin da irgendwas ganz gruselig. Okay, ich komme zurück. Das ist zu gruselig. Bro, komm zurück. Das ist zu gruselig. Bro, aber Bro. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind. Aber es war ein großer Fehler. Ich sage dir ehrlich, Seven. Ja, aber wie kommen wir jetzt zurück und wo holen wir die Fahrkarten? Ich will nicht schwarz fahren. Da kommt was. Nein. Seven. Ich habe nicht. Der Zugfresser. Nein. Oh mein Gott. Oh Gott. War das der? War das, Leute? Ich weiß es nicht. Ey, ich bin der Meinung, ich habe irgendwie so einen Mund oder irgendwas gesehen, Bro. War das? Nee, oder? Es war nicht so, oder? Lass mich daherlaufen. Junge. Bro, jetzt hab dich nicht so. Komm schon. Was ist denn der Zukunftsüberfährt? Ja, komm nicht mehr, Bro. Entspann dich. Ich höre ihn. Hörst du ihn auch? Wohin läufst du? Nein. Ich laufe nach vorne, Digga. Och, jetzt höre ich ihn. Nee, Bro, ich mache da nicht mit bei den... Seven, komm jetzt mit, Mann. Digga. Wir können doch nicht laufen. Dann lass doch den Zug nehmen. Ja, du willst ihm Zugfresser mitfahren. Dein Ernst? Bist du dir sicher, dass der das war? Also, ich bin der Meinung, Leute. Schreibt ihr in die Kommentare, ob ihr denkt, dass es der Zugfresser war. Ey, Seven, ich sage dir ehrlich, wir laufen kann echt ins Polen. Du musst du nichts, Digga. Ja, deswegen... Das macht doch gar keinen Sinn, was du gerade machst. Ja, Bro, wir müssen den Zugfresser finden, hä? Ist hier eine Kurve, Bro? Ja, aber wir können doch nicht die Schienen entlang. Hier ist eine Kurve, hier ist eine Kurve, Bro. Irgendwo geht es hier lang? Doch, hier geht es auch eine Kurve rum. Komm mal. Ah, eine Kurve, ja. Hä, aber wann endet das denn? Ey, das muss... Seven, wir finden hier gerade ganz verbotene Dinge raus. Ich sage dir ganz ehrlich! Ja, und das Krasseste kommt ja noch. Das ist ja noch gar nichts anscheinend. Ey, Leute, wenn wir den Zugfresser wirklich finden, dann wäre das richtig krass. Ey, komm schon, Seven. Ihr muss doch... Ihr muss doch irgendwann mal was kommen, Alter. No, I don't want to go! Ah, Seven! Er hat mich überwacht. Warte... Seven! Seven! Oh, nein. Ich bin wieder im Klo aufgewacht. Ich glaube, ich wurde vom Zugfresser aufgefressen. Seven! Hallo! Oh, nein. Ich muss zurück, Freunde. Wir müssen schnell zu Seven. Nicht, dass er auch noch aufgefressen wird. Okay, Leute, ich bin wieder hier bei den Zugstationen. Ich glaube, da war er wieder. Seven! Seven! Hallo, Seven! Lumex! Bro, wo bist du? Was jagst du mir für einen Schrecken ein? Bro! Wo bist du? Ich wurde aufgegessen, Bro! Ich weiß... Ich... 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 Ich warte zurück zum Bahnhof manchmal. Ich setze mich so lange auf die Bank, Bro. Ich warte hier auf der Bank auf dich. Ich höre dich, aber ich... Ja, da bist du! Bro, da bist du! Oh, mein Gott. Wie? Du bist... Du wurdest doch überfahren. Bro, ich wurde aufgegessen von ihm. Er hat mich gefresst. Der Zugfresser war da. Hast du es nicht gesehen? Ja, und hat der... Hat der dich ausgekackt, oder was? Ja, ich bin wieder in der Zelle oder so aufgewacht. Und da bist du wieder hierher gekommen. Ja, hast du... Hast du ihn nicht gesehen, Bro? Nein. Digga, bist du dumm. Ich habe auch gesehen. Schau mal, Bro. Wir haben einfach eine Pistole dabei. Schau mal hier. Ne. Hä? Das ist doch keine... Das ist ein MP3-Player, ein iPhone. Hä? Ich dachte, wir haben eine Pistole. Warte mal. Doch nicht? Warte. Was ist das dann? Du kannst... Du kannst um... Um die Welt gucken mit der... Neben der Taschenlampe. Um die Welt? Ja. Wie meinst du das? Du kannst so verschiedene Kameraperspektive machen. Du kannst hier so Sachen gucken. Bro, das ist ein Kameramonitor. Jetzt checke ich. Okay, lass mal die Kamera einschalten. Bro, vielleicht sehen wir... Warte, Bro. Ja? Das ist nicht das gerade... Ich dachte, gerade der Zugfresser kommt. Lass mal die Kameras umschalten. Bro! Ich bin in der Stadtkamera. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Siehst du da irgendwas? Ich sehe gerade noch Windräder. Wir müssen jedes Detail durchsuchen, Leute. Vielleicht finden wir irgendwo den Zugfresser. Okay, warte. Ich gucke jetzt mal kurz. Aber in der Stadt kann er ja schwierig sein, ne? Das ist ja ein Zug. Bro, bro, stopp, stopp, stopp. Meine Kameras, Spaß. Wurde abgeschalten. Irgendetwas, irgendetwas hat meine Kamera gerade abgeschalten. Ich gehe raus. Ich gehe raus. Bro. Ich gehe raus aus der Kamera. Irgendeine komische Frequenz hat die Kamera abgeschalten. Bro, bro, bro. Da kommt ein Zug. Aber das ist er nicht, oder? Ist das der Zugfresser? Der fährt weiter. Der sieht normal aus. Nein, stopp, bro. Das ist ein normaler Zug. Das ist nicht der Zugfresser. Sicher? Ey, anscheinend fahren auch ganz normale Züge hier rum, Bro. Ey, aber... Ey, bei dem anderen Item hier, bei dem iPhone, wenn du das aktivierst, dann hast du oben links so ein Radar. Warte mal. Vielleicht sind wir da den. Vielleicht können wir darüber den Zugfresser tracken, Bro. Ja. Das meine ich ja. Okay. Äh, lass uns mal hier rumlaufen und schauen, ob wir oben links irgendwie ein Signal bekommen. Wir müssen im Zugfresser mitfahren. Vielleicht fährt er uns irgendwo an eine verbotene Stelle oder so, Bro. Wir gucken mal hier. Aber wo können wir Tickets machen? Warte, ich mache mal kurz ein Ticket. Guck mal, ob du ein Ticket bekommst hier. Weil hier ist mir jetzt quasi so... Ich habe mich teleportiert. Ich habe mich teleportiert. Ey, Leute, in dieser Welt stimmt das überhaupt nicht. Servi, hör auf! Wer war ja... Wenn ich das irgendeine Falle, hör auf, hier Unsinn zu machen. Nein, wirklich nicht. Ich habe mich teleportiert. Egal. Servi, ich gehe mal auf die andere Seite. Ich sehe bisher nur dich oben. Aber warte mal. Wenn ich dich auf dem Radar sehe, müsste ich ja theoretisch auch jedes andere Monster auf dem Radar sehen. Nur theoretisch jetzt. Eigentlich ja. Ich sehe mich und dich, aber mehr nicht. Warte mal, kann ich? Warte mal, ich von hier sind wir gekommen. Was ist denn, wenn ich hoch in die Stadt gehe? Ich gehe auch mal kurz hoch. Warte mal, ich gehe mal... Ey, da wirst du mir gar nicht mehr angezeigt, hä? Ja, ich glaube, wir müssen auf der Ebene bleiben. Warte mal, Route zur Grünstation. Okay, Leute. Ich schaue mal ganz kurz vorsichtshalber, ob wir hier oben irgendwas finden. Aber Servi, auch hier ist alles zugeparkt mit Autos. Es gibt keinen Weg nach draußen. Jetzt wirst du mir wieder angezeigt. Bist du unten oder oben? Ich bin oben jetzt gerade. Hä? Das doch, das funktioniert auch oben. Okay, okay, warte mal. Ich komme mal wieder runter jetzt. Ey, Saddle. Ich habe ein bisschen Angst. Wir müssen... Nein. Was ist denn los, Bro? Warum hast du Angst? Was ist los? Bro, da bahnt sich was an. Ich höre wieder was. Ich höre wieder was. Ja? Wirklich jetzt? Ja. Aber der Radar schlägt nicht aus. Das ist Radar. Bro, da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Hier. Aber das ist ein normaler Zug wieder. Oder? Leute, da kommt was. Warte, warte, warte. Was ist? Lass uns mal hier stehen bleiben. Das ist ein normaler Zug, Bro. Hä? Können wir da einsteigen? Ich weiß nicht. Der fährt einfach weiter, Bro. Ey, ich getraue mich ab. Ich getraue mich nicht nochmal hinterher zu laufen. Sag ich ehrlich. Sollen wir probieren, auf den drauf zu springen gleich mal? Können wir machen. Aber es kann auch jeden Moment passieren, dass kein normaler Zug kommt, sondern dass der Zugfresser wiederkommt. Checkst du das, Seville? Ich check das, aber wir müssen es riskieren, damit wir hier rauskommen. Leute, ich würde sagen, wir warten jetzt so lange, bis der nächste Zug kommt, im besten Fall der Zugfresser und dann werden wir beim Zugfresser mitfahren. Wir halten zusammen, Seville, okay? Ja, aber hol mich bitte hier raus, dann halten wir wirklich zusammen, bitte. Wir kommen da raus, gemeinsam schaffen wir das. Vertrau mir, okay? Vertraust du mir? Ja, okay, okay. Ja, aufs noch zu grinsen, Seville. Das ist nicht lustig. Ich grinse nicht, du grinst mich an. Nein, du grinst mich an! Du grinst mich doch nicht, wenn du sonst einen Anzug hast. Was ist mit deinem Anzug eigentlich? Warum habe ich keinen Anzug? Bro, ich höre was? Ich höre was? Seville? Er ist da, ja. Okay, da ist der Normale. Ich spring drauf. Ja, let's go. Ich bin drauf. Warte, ich bin eingestiegen, Bro. Seville? Seville? Ich bin im normalen Zug eingestiegen, hier ist alles rot voller Blut. Wie? Hä? Nein, Seville, wo bist du? Ich fahre weiter. Seville? Geist! Ah! Nein, nein, da hast du nicht gefällt. Warte, stopp! Seville! Hä? Ich sehe dich, jetzt sehe ich es auch. Seville? Ja, guck mal gerade aus, guck mal gerade aus, guck mal gerade aus. Nein! Das Wasser geht hoch. Das Wasser steigt. Bro, warte mal. Bro. Ja. Ich bin gestorben! Seville? Bro? Hallo? Hä? Ja, wir sind zusammen in der gleichen... Äh, du, Mix? Was ist gerade passiert? War das jetzt der echte oder der Fegzug? Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was das war. Wir sind in einen normalen Zug eingestiegen und auf einmal von jetzt auf gleich war alles voller Blut und da drin ist irgendwie so eine Säure oder irgendwas gestiegen. Hast du es gesehen? Ja, das war wassersäure, keine Ahnung. Wir müssen noch mal dahin, Seville. Ich bin der Meinung, das ist nicht der richtige Zugfresser gewesen. Das war ein Fehler, Leute. Das war ein normaler Zug. Okay, Bro. Seville, wir sind wieder da. Ey. Ja, aber warte mal. War das jetzt wirklich nicht der echte Zug? Nein, der echte Zugfresser sieht ganz anders aus. Der hat einen Mund vorne und alles, Digga. Okay, lasst wir mal hier im Tunnel. Äh. Äh. Was? So, Seville? Was war das? Was war das? War das gerade der Zugfresser? Das war er. Ich hab die Theorie, der kommt nur, wenn man ihn nicht anschaut. Beim ersten Mal, als er gekommen ist, haben wir ihn auch nur von hinten fahren. Er wollte uns quasi überfahren. Immer wenn wir quasi auf ihn warten, kommt nur der normale Zug. Aber sobald wir nicht da hinschauen, kommt er von hinten. Hast du es gesehen? Stimmt, du hast recht. Ich, 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 ich. Aber was sollen wir jetzt machen? Sollen wir rein? Sollen wir? Was sollen wir machen? Ich, äh, wir müssen in den Zugfresser einsteigen und das Geheimnis endlich lösen, was sich in ihm befindet. Ja, aber wir können doch sterben dann. Ja, das ist auch true, Digga. Seville, ich weiß doch auch nicht, Junge. Komm, ich würde sagen, wir gehen rein. Wir probieren es mal. Nein, Bro, nein, wir müssen warten. Nein, wir warten, Bro. Ich höre ihn doch. Er kommt. Bro. Oh, er kommt. Hält er an? Nein, steig ein, Bro. Steig ein, steig ein. Ich bin eingestiegen. Bist du drin, Seville? Nein, er ist weggefahren. Ich habe sie weggefahren. Seville, lass mich nicht allein. Bitte, Seville, lass mich nicht allein. Nein, bitte, bitte nicht. Seville, hier ist alles voller Blut. Will ich hier laufen? Nein. Seville? Seville, wo bist du? Komm raus, ne? Ich bin am Bahnhof. Wie, du bist am Bahnhof? Ich bin hier alleine. Er ist zu. Er wollte nur einen von uns. Er wollte nur einen von uns. Seville, lass mich hier bitte nicht alleine. Seville, bitte. Was ist? Seville? Was ist? Er fährt irgendwo hin mit mir. Seville? Hallo? Ja, ich bin da. Ich bin am Bahnhof. Bro, er fährt irgendwo mit mir hin, aber er hält nicht an. Er hält nicht an. Du lebst? Ich lebe, Seville, aber er hält nicht an. Warte mal. Er kommt. Er kommt jetzt zu mir, Bro. Seville, kommt er zu dir? Du musst auch einsteigen. Steig ein, wenn du kannst. Ja, ja, ja. Jetzt, 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 jetzt. Er hat angehalten. Lass mich raus. Seville. Ich bin drin. Ich bin drin. Bist du auch drin? Lass schnell raus. Wir müssen dich angucken. Komm raus, komm raus, komm raus. Hier. Da ist der Mund. Ja? Da ist er. Da ist der Zugfresser. Oh mein Gott, ja. Seville. Komm vor dir rein, guck. Seville. Warum bist du wieder mitgefahren? Seville. Ich habe das Geheimnis gelüftet. Was ist das Geheimnis? Seville. Der Zugfresser. Der mich getötet hat. Nein. 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 Ich bin wieder hier. Ich muss zurück zu Seville. Leute, habt ihr es gesehen? Vorne im Zugfresser war ein Mensch, überströmt mit Blut, der von ihm gefesselt wurde. Und ich glaube, dieser Mensch hat diesen Zug gesteuert. Und dann ist diese komische Säure wiedergekommen und hat mich getötet. Wir holen Seville jetzt da raus, Leute. Wir können Seville nicht länger da drin lassen. Seville. Seville. Ja. Bist du tot? Nein, du lebst. Seville, ich bin am Bahnhof wieder, Bro. Ich habe alles gesehen. Ich kann dir alles erzählen. Da vorne ist ein Mensch, übersprömt mit Blut, der gefangen wird. Der ist gefesselt von irgendwelchen komischen Blutzellen. Und er steuert quasi den Zug, Bro. Dieser Typ steuert das Ding. Ja, ja, ja. Hier, hier. Guck ihn dir an. Er fährt weiter. Und diese ganzen Augen. Diese Augen an diesem Zug. Das sind Menschenaugen, Bro. Von diesem Mensch. Von dem einen da vorne. Ja, ja. Wir haben das Geheimnis gelüftet. Der Zug ist eigentlich ein normaler Zug, der aber von irgendeinem Blutparasiten überfallen wurde. Und somit von einem normalen Menschen jetzt gesteuert wird. Bro, was haben wir hier rausgefunden? Seville, wir müssen eine Teilung darüber schreiben. Wir haben es gelüftet. Komm raus jetzt hier, Seville. Wir verlassen ihn. Komm, schnell. Sofort raus. Leute, wir haben es rausgefunden. Ich glaube es nicht. Freunde, wir haben herausgefunden, was wirklich hinter dem Zugfresser, was das für ein Geheimnis eigentlich ist. Wir haben es gelöst, Seville. Ey, wir werden reich. Endlich. Das wird uns keiner glauben. Wir haben alles auf Kamera, Seville. Nein. Wir müssen alles, alles, wir müssen das Video jetzt online stellen und GG, Leute. Leute. Wir sind reich. Wir haben das Geheimnis gelüftet. Ihr alle wisst jetzt, was wirklich hinter dem Traineater bzw. hinter dem Zugfresser steckt. Wir rennen jetzt hier raus aus dem Roblox-Modus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Checkt auch sehr, sehr gerne Seville ab. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, drückt noch auf eins dieser beiden Videos hier drauf. Und ansonsten, Seville, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich habe nur noch Angst. Ich habe auch nur noch Angst, indem ich das gesehen habe, Leute. Macht abends immer das Licht aus, bevor der Traineater zu euch. Komm, wir sind raus. Ciao.